Hallo und grüß euch zu A399. So, was haben wir heute vor? Heute geht es um Energie und Transport. Genau. Ja, weil erstens mal der liebe Lepus7787, oder ist es irgendeine Leadspeak-Sache? Nö, na, nö. Glaub nicht. Der hat gemeint, ja, ich habe vergessen, dass die Windkraftwerke und auch die Solarkraftwerke übrigens nicht immer den Output liefern, der angegeben ist, beziehungsweise gar nie, mehr oder weniger. Nämlich, wenn man sich hier baut, heißt es ja 3000 Kilowattstunden. In Wahrheit aber, kann man sich hier schön anschauen, hängt das von der Windstärke ab. Ja, deswegen haben wir eigentlich ständig Unterproduktion. Allerdings, was ich zu meiner Verteidigung dazu sagen muss, ich habe das jetzt extra ausprobiert in einem Offscreen-Spiel. eine ganze Stadt versorgt, nur mit Windkraft und unterproduziert entsprechend, weil hier die Zahl, die hier angegeben wird, ist ja die Maximal-Output-Zahl. Ähm, ja, eben mit Windkraft, Unterproduktion und dann nur mit Wärmekraft war das, glaube ich, und entsprechend überproduziert. Hat aber nichts geändert, Stadtwachstum und Ähnliches. Zumindest, ich hätte nichts gemerkt. War eigentlich ziemlich konstant. So, dann muss ich mich entschuldigen. Ich habe gerade ein bisschen leichte Probleme. Ganz leicht beim Aufnehmen, weil ich gerade was umstelle. Ähm, möglicherweise das eine oder andere Leck, der eine oder andere Ruckler. Es tut mir leid. Ist hoffentlich nur in dieser Folge so. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass ich da recht behalte. So, und wenn wir schon bei Energie und Transport sind, habe ich mir gedacht, beantworte man noch zwei Fragen endgültig. Und das ist das Erste, weil ja hier die Güterzüge zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Vorwärts, rückwärts. Lohnt sich die Güterzüge zu wenden oder nicht? Also, weil vorwärts fahren die ja, in dem Fall unser Modell 80, rückwärts 60, könnte man natürlich meinen, ja gut, der fährt hier die halbe Zeit rückwärts, sprich hier rückwärts raus, vorwärts wieder rein. Dann wird es sich nicht lohnen, am Ende der Strecke Wendeschleifen zu machen. Vermutlich nicht. Und warum vermutlich nicht? Halt mir gedacht, bereite ich ein bisschen was vor und zeige euch das. Und dann sollte die Frage, denke ich, beantwortet sein. Und im selben Zug werden wir noch was beantworten, nämlich eine Frage von Bra123. Dem habe ich schon lange versprochen, dass ich nachschaue, ob die Kraftwerke unterschiedliche Betriebskosten haben. Oder unterschiedliche, ja, na, nennen wir es mal Betriebskosten, also ob die Kilowattstunde in jedem Kraftwerk gleich viel kostet. Und, ja, da werden wir jetzt wechseln, kurz in ein anderes Savegame, mache ich einen flotten Schnitt und wir sehen uns gleich. So, eine extrem simple Versuchsanordnung, aber ich denke, das wird die Frage endgültig beantworten. Wie schaut es aus mit Wendeschleifen? Sind jetzt zwei komplett gleiche Züge, fahren die gleiche Strecke, die relativ lang ist. Also ich sage mal, die sollte in etwa so lang sein, wie die längste, die wir bei uns fahren. In etwa. Okay. Vielleicht ein bisschen kürzer, gebe ich zu. Aber gut. Und einer der Züge wird umkehren und rückwärts zurückfahren und der andere eben über die Wendeschleife und vorwärts zurückfahren. Ja, und ich denke, das können wir uns schön anschauen. Die fahren um sechs in der Früh los. Schauen wir einfach mal. Wir sind hier übrigens im Editor, den ich auch noch irgendwann herzeigen wollte. Ja, sind gleich auf. Hier wird dann entladen. Der eine fährt direkt im Rückwärtsgang zurück und der andere vorwärts. So, ist jetzt bei überholen, aber ich habe sie schon ausprobiert. Der, der rückwärts zurückfährt, wird ein bisschen schneller sein. So, nämlich jetzt bereits wieder geladen. So, und ein paar Sachen sollte man zu dieser Anordnung jetzt auf jeden Fall noch anmerken, nämlich, das erste ist, die Züge, die ich hier verwende, sind nicht die, die wir verwenden mit Absicht, nämlich, ich habe hier einen, der fährt sogar 35 kmh schneller vorwärts. Den, den wir verwenden, das ist, so, wo haben wir die Güterzüge, das ist dieser hier, der fährt ja nur 20 kmh schneller nach vorwärts. Dieser hier 35, also wesentlich schneller. Das heißt, mit unserem Modell würde sich das unmöglich ausgehen, dass der Zug, der vorwärts fährt, schneller ist. Wir können es auch gerne anschauen, wenn wir schon gerade da sind, machen wir das doch glatt. Ich würde sagen, die verkaufen wir einfach frisch. So, na, jetzt. Weg mit dir. So, dann kaufen wir uns die zwei. Nehmen wir, sechsteilig, passt schon. So, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher, welcher war, aber ich glaube, hoffe, glaube, meine, zu wissen. So, das ist natürlich jetzt falsch. Sondern schicken wir sie einmal die Runde. So. Okay, da steht jetzt natürlich verkehrt drin. Super. Nicht aufgepasst. So soll es passen. Und dann wenden. Passt. So, lassen wir sie mal losfahren. Sechs Uhr. Und, ja, wir sehen in dem Fall der Unterschied noch deutlicher. geht es sich einfach nicht aus. Und was jetzt eben hinzukommt, sollte man wirklich sagen, ist, man sieht es hier, man sieht es hier nicht. Warum sieht man es nicht? Weil der Tag schon vorbei ist. So, schaffe ich es vielleicht irgendwo vor Mitternacht kurz. So, ja, dass der Zug, der die weitere Strecke fährt, auch um einiges mehr Kosten verursacht hat. Also, durchaus messbar viel. Also, in dem Fall fast 20%. Also, finde ich, lohnt sich nur für sehr lange Strecken. Für so kurze eindeutig nicht. Und wenn man lange Strecken fährt, sollte man sowieso in Frage stellen, ob es sich lohnt, lange Strecken zu fahren. Gut, dann zweites Thema. Kraftwerke. Das ist auch schnell beantwortet. Ich baue einfach drei verschiedene Typen und wir schauen uns das schön an. Kurz zur Erinnerung. 100.000 Kilowattstunden, 180.000, 370.000. So, dann lassen wir es mal laufen. Und ich würde sagen, dass wir es so lange laufen, bis wir eine Milliarde Betriebskosten zusammen haben beim Wärmekraftwerk. Dann kann man es sich schön ausrechnen beziehungsweise muss man gar nicht rechnen, sondern man sieht es direkt. So, ein bisschen noch. So, ungefähr eine Milliarde. So, passt schon. So, dann schauen wir. Also, kostet eine Milliarde, kostet 1,8 Milliarden, kostet 3,7 Milliarden. Baukosten sind unterschiedlich, klare Sache, aber der Output 100.000 Kilowattstunden, 180.000, 370.000. Also, genau das selbe Verhältnis, 1 zu 1,8 zu 3,7, 1 zu 1,8 zu 3,7, wie die Betriebskosten. Also, Frage, denke ich, somit beantwortet, die Kraftwerke, da kostet die Kilowattstunde immer gleich viel. gilt natürlich jetzt insofern nicht für sowas wie Solarkraftwerke oder Windkraftwerke, weil da ist ja der Output variabel. Okay, ja, dann würde ich sagen, zurück ins normale Spiel. So, was habe ich vorher vergessen? Speichern. Aber wir haben ja nichts gebaut, nur ein bisschen rumgescrollt und geschaut und getan, von dem her haben wir nichts verpasst. So, also, was habe ich vor? Unter anderem eben hätte ich gern so ein Wärmekraftwerk gebaut. Atomkraftwerk und Fusionskraftwerk sind mir einfach viel zu teuer. Ja, und Gezeitenkraftwerk und Geothermie, nette Alternativen, aber ich bleibe beim Wärmekraftwerk. Da werden wir eben eines aufstellen, ist die Frage, wo weil wir müssen natürlich, darf man es nicht vergessen, 240 Waren müssen wir anliefern und das heißt, wir brauchen zwei Lagerflächen. Eine Lagerfläche hat 128 Kapazität und jetzt passt es mal auf, wenn ich hier Lagerflächen bauen will, ja, das kostet ohne Ende. Also selbst da am Rand schon empfindlich teuer, da geht es, sag ich mal, da am Rand geht es. Allerdings, ja, wir müssen die Waren ja da irgendwie hinschaffen, also für irgendwas müssen wir Geld ausgeben. Also, so, jetzt habe ich gerade Geld ausgegeben, versehentlich, ja gut, dann ziehen wir es gleich ganz durch, bauen beide Lagerflächen, hier eine ist jetzt ein bisschen erhöht, macht aber nichts und werden wir, das wäre jetzt eigentlich der Plan gewesen, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, da eine ganz kleine Bahnstation, ganz kleinen Frachtbahnhof machen, wirklich da irgendwo am Rand da auch noch, naja gut, kostet auch gleich eine Milliarde, das ist alles teuer, alles so teuer, dann machen wir es so, Straße, was kostet uns die, das geht, das nehme ich in Kauf und was kostet mich ein Frachthof eine Menge 2 Milliarden, wenn man das Zeug braucht, erst dann fällt ein auf, wie teuer das eigentlich ist, das ist unglaublich, so, und ich liefere das Zeug mit LKW nach und nach vom Kartenrand an, und bau dann hier irgendwo ein Kraftwerk, das war eigentlich der Plan, Frau Sester Computer baut man hier jetzt nicht alles zu, wir werden es sehen, ja unglaublich, also das Zeug ist teuer bei 829, aber gut so, gut so, gut so, so, freiwillige vor, da nochmal 40, also das sind wir bei im Busbereich schon, dann gehen wir da irgendwoher 25, und eigentlich müssen wir ihn eh nur daher pflanzen und heilig ist richtig einstellen, nämlich, dass er hier grundsätzlich entladen soll, dann soll es eigentlich passen, genau, der wird jetzt nach und nach da anliefern, und irgendwann haben wir es dann hoffentlich zusammen, dann, wie geht es da weiter, soll man uns noch eine Fabrik leisten, ist die Dauerfrage, meint, was ich jetzt vorher mache, ist schauen, wie es mit dem Markt, mit den Zinsen ausschaut, weil wir müssen einen Kredit aufnehmen, so oder so, wir müssen ja 20 Milliarden zurückzahlen am 1. Jänner, das werden wir uns, die Frage, ob wir uns das noch zusammensparen können, vermutlich braucht man ein bisschen Geld, dann hätte ich gleich noch mehr Kredit aufgenommen und entsprechend was gebaut, wie versprochen, und ich hätte hier echt bei den Güterzügen noch gern ein bisschen optimiert, ich habe nur keine eine sehr gute Idee, wie. Jetzt fahren sie wieder leer, ja, sollen wir uns noch eine Fabrik leisten, was würde uns das kosten, fragen wir mal so, vor allem mit den Gelände, äh, mit den Grundstückskosten hier, ja, 6, 7 Milliarden, ja, teuer, teuer, ja, Grundstückskosten gerade sonst wo, pff, ja, ich glaube, also, für 7 Milliarden können wir oft zum Kartenrand fahren und uns irgendwas holen, also, nee, ja, vor allem momentan, die Zinsen echt weit oben, ich hoffe, die gehen noch runter, jetzt geht es gerade, ja, auch nicht wirklich, na gut, dann lassen wir es mal langsam laufen, und, weil, ich habe, wie gesagt, ich habe versprochen, ich baue was, aber da brauchen wir Geld, und das soll sich halbwegs lohnen, ich glaube, also, soll sich lohnen, soll bedeuten, soll halbwegs wenig kosten, ich glaube, da leistet man es noch, einen Lkw, bis wir da mehr rüber bekommen, wer fährt denn da rüber, schauen wir mal, das ist der hier, die Nummer, haben wir eigentlich die ganzen Nummern nicht mehr eingeblendet, habe ich da irgendwas in Optionen rausgeworfen, ach so, weil ich da drin bin, deswegen, okay, Nummer 15, ja, Nummer 16, fährt der auch die Runde, da fahren schon zwei, ja, da braucht es mehr, da leistet man es noch einen, hopp, das wollte ich nicht, nein, da hat er da jetzt wieder mitgenommen, oh, sind die da nicht auf Ausladen gestellt, grundsätzlich, natürlich auch, ein bisschen blöd, könnt auch einiges erklären, ja, trotzdem kaufen wir noch einen, ähm, so, Fahrplan schnell kopieren, hofft, das hat er verstanden, wir werden es gleich sehen, verfolgen wir die Nummer 17 mal kurz, naja, schaut mir nicht so schlecht aus, Zinnen, 4%, gibt es nicht, okay, aber da haben wir ein bisschen mehr angeliefert, da ist eh voll, hier ist die Frage, sollen wir den Takt vom 93er verringern, ich denke, ich denke, ja, mal wochenends nicht fahren, vielleicht genügt das schon, kann man glaube ich sogar noch seltener, streichen wir da mal, machen wir dreimal die Woche, schauen, wie sich das entwickelt, Sonntag, so, wochenends wird hier eh nicht gefahren, das passt, da fühlt sich langsam auch gut, so, äh, jetzt wie schaut es aus, Zinsen, Zinsen, bitte runter mit den Zinsen, es mag nicht runter, jetzt mindestens gern 2%, das wäre toll, wird aber irgendwie nix, hm, ich meine, das ist jetzt nicht so extrem viel, wir sparen uns da jetzt halt, ja, 4-500 Millionen, ja nicht mal, aber ich hätte ja gern, einfach das Gefühl, dass ich günstig, Kredit aufgenommen habe, es geht es noch weiter rauf, ja, na gut, dann schauen wir uns ein bisschen, sonst weiter um, wie geht es in unseren Zügen, vom letzten Mal, da haben wir einiges umgestellt, ich sehe da viele Fahrgäste, zum Teil, das schaut gut aus, mal ein bisschen, Stichproben entnehmen, wieder mal, ja, es schaut sehr gut aus, sogar, die verdienen mittlerweile super, ich glaube, die Umstellung hat sich auch gelohnt, ja, es schaut echt nicht schlecht aus, mit den Zügen, ist die Frage, können wir unsere Güterzüge mittlerweile kompensieren, ich weiß es nicht, schauen wir mal, nicht wirklich im Moment noch, wo hat irgendwer gebaut, in der Zwischenzeit, in der Nähe, ja, vierte Fabrik, es ist wirklich, knapp, 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 es braucht einfach so, ewig, bis sich die auch gerechnet haben, von dem her, so, geht da jetzt mal was runter, bitte, wäre echt toll, ich brauche Geld, es ist eh nochmal ein Monat, da muss ich den Kredit aufnehmen, spätestens, weil ich muss was zurückzahlen, also ich muss mal super schnell laufen, so, jetzt geht es gerade nach unten, 2,5 Prozent, sind wir da zuschlagen, ich würde sagen, ja, machen wir das, 20 Milliarden, 50 ist vielleicht ein bisschen heftig, nehme ich 20 auf, und dann, ja, jetzt geht es natürlich noch weiter runter, super, na gut, vielleicht sollte man es einfach nutzen, um, nochmal, dieselbe Summe aufzunehmen, darf man nicht vergessen, dass wir es zurückzahlen müssen, aber wir hätten hier jetzt genug Wahn, darum, baue ich jetzt das Kraftwerk, ja, da sind die Betriebskosten super, äh, die Grundstückskosten super niedrig, dann bauen wir das da, und, ja, die Lagerfläche, ich sage mal, hat sich jetzt halt nicht wirklich gelohnt, viel haben wir mit der nicht verdient, ähm, und die wird auch Minus machen, wenn wir die weiter betreiben, das ist die Frage, sollen wir sie nochmal auffüllen, oder nicht, hm, schauen wir mal, wie das Kraftwerk überhaupt Geld macht, ja, knapp, es pendelt so ein bisschen, jetzt sind wir dafür, haben wir endlich Überschuss, ja, wird das jetzt, je nachdem, ob die Windkraftwerke gerade stärker oder schlechter laufen, also stärker oder schwächer laufen, Gewinn machen oder nicht, es pendelt gerade so um Null, von dem her passt eh, und Strom haben wir jetzt wirklich eine Menge, da müssen wir uns jetzt lang keine Sorgen mehr machen, allerdings der Anteil an grüner Energie ist jetzt halt nur mehr 62,3%, irgendwann wäre natürlich der Plan, das dann umzubauen, auf sehr grün, ah, die, die viele Lagerflächen da ist, ich bin mir nicht sicher, was ich mit denen jetzt machen soll, ich glaube, das lassen wir lieber gut sein, nehmen wir den da weg, und, ähm, schauen wir, ob sie sich noch irgendwie entleeren, ob irgendwann noch was baut, weiß nicht, denke ich, reißen wir sie ab, sind eh nur Minusposten, also wenn wir sie mitziehen, ich lasse sie mal da mal schauen, was sie uns kosten, weil wenn wir da wieder mal ein Kraftwerk bauen, ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir sie schon hier haben, kommt vermutlich, ist die Frage, was kommt billiger, die hier zu lassen, und den Verlust zu zahlen, also jetzt hat man natürlich, wenn wir schon Geld aufgenommen haben, und die Wirtschaft gerade schlecht war, auch bauen können, ja gut, jetzt warten wir mal auf Jahresende, und dann, sagen wir ja erstens, die zweitens, sind die Steuern fällig, es würde diesmal, diesmal, wenn wir die 10 Milliarden, auf jeden Fall knacken, so viel wie wir gebaut haben, immerhin macht es schon knappen Gewinn, ist ja schon mal eine gute Neuigkeit, so haben wir 20 Milliarden zurückgezahlt, und 10 Milliarden sind jetzt im März fällig, und dann 40 wieder im Dezember, so und wie viel müssen wir Steuern zahlen, ja 11,7, heißt, wir hätten jetzt genau das Geld zusammen, für die Steuern, und den Kredit, ja dann lassen wir es mal ein bisschen laufen, und den Überschuss werden wir dann investieren, in Gebäudebau, ja gut, so früh am Jahresanfang, brauchen wir in der Lagerfläche jetzt nicht schauen, so da ist unser neues Kraftwerk, ja inzwischen machen wir echt überall gewinnen, das ist gut, ja aber ich habe eben versprochen, dass wir andere Sachen noch bauen, das werden wir dann nächstes Mal machen, versprochen, ganz fest versprochen, weil wir verdienen, nicht schlecht, ja jetzt ist, schauen wir mal, ziehe ich jetzt noch schnell drüber, bis zumindest Monatsmitte, ja jetzt ist ein halben Monat vorbei, wir haben 1,8 Milliarden verdient, also schaut echt gut aus, ich glaube, da können wir uns bald einiges leisten, fein, passt, ah da ist leer, ja gibt es nächstes Mal viel zum tun, und nächstes Mal werden wir dann wirklich, uns hier mal, hätte ich gesagt, genau alles durchschauen, mal alle Gebäudetypen ein bisschen durchgehen, und ja was bauen, weil zum Teil Kostauszeuge nicht viel, da können wir uns doch ein paar Dinge leisten, und schnell noch zur Information, Building Kit Nummer 2 ist hoffentlich mittlerweile am Weg zu mir, und das heißt für ATREN 9 gibt es dann nochmal eine Menge, Menge neue Gebäude dazu, freue ich mich schon richtig drauf, passt dann, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, Tschüss, Ciao, für Denk und Baba. Tschüss.